Am Donnerstag, den 28.05. kam es zu der bisher größten Traktorendemo in Münster. Anlass hierfür war die Kritik der Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die behauptete, die Landwirtschaft sei zu einem großen Teil verantwortlich für das Artensterben. Aus ganz Nordrhein-Westfalen und Teilen von Niedersachsen versammelten sich Protestierende. Es kam zudem zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, sodass auch der öffentliche Nahverkehr beeinträchtigt wurde. Untertitelung des ZDF, 2020